Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von FNAF 2. Wir sind hier in der dritten Nacht stehen geblieben und ich habe direkt in der Nacht wieder eine neue Folge gestartet, also nicht direkt in der Nacht, sondern zwei Minuten nachher. Wollte kurz chillen, aber ja, hey, wir sind wieder drin. Im Game. Und ich habe mir schon gedacht, zu chillen, die Kamera wieder in die Ecke zu packen, weil ich habe in der letzten Folge einfach gezeigt, wie es alles aussieht und ich denke, das passt dann auch so. Oh, 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 hi! Ich dachte, mich haben irgendwelche Probleme gesehen. Ja, ja. Ja, doch nicht. Ich habe mich verstanden. Ja, eine kleine Zeitung zu werden. Aha, Faxi. Faxi bin eigentlich nicht in der Haftas. So sieht sie jetzt aus. Gut gemacht. Was? Was bist du? Habal. Ich weiß, dass die alten Animatronics, ich weiß nicht, ob es nur auf einzelne, was auch immer, aber auf jeden Fall die Wurvert Animatronics, die alten, in diesem Spiel sind. What the fuck? Aber ich... Sie sieht gruselig aus. Das ist nämlich der alte Bonnie. Ihm wurde einfach einen Arm ausgerissen. Da. Und sein ganzes Gesicht. Die haben einfach das... Das ganze Gesicht ausgerissen. Oh Gott. Ups. Krass, oder? Huh. Da ist die alte Chica. Diese Nacht werde ich noch versuchen, wenn ich rumzugucken in der Kamera. Aber ab nächster Nacht dann nicht mehr. Ab nächster Nacht, Mist, habt ihr Pech. Ich werde diese Folge auf jeden Fall noch drei schaffen. Nacht vier. Kommt drauf an, wie gut ich bin. Wenn ich schaffe, dann schaffe ich's. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen in dieser Folge. Hi, Foxy. Na, wie geht's? Irgendjemand ist ein Wend. Ich will kurz nachgucken, wer. Oh, hi. Rivered Bonnie. Ohne Gesicht. Kannst dir bitte, äh... Einen der Spellhelme nehmen, wenn die sind. Besser als nichts. Hi. Ich wusste, dass du hier bist. Warum Flagge alles zu Hilfe? So, du bist weg? Gut. Ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Maske aufsetzen. Am besten sofort, nach jedem Mal. Dann ist einmal sicher. Ich würde natürlich aber noch zeigen, wie die aussehen. Wie die dann vor mir sind. Deshalb, wenn ich das nicht so oft machen. Leid. Mich erzogert, so. Damit ich euch zeigen kann, wie die aussehen, auch wenn die vor meinem Tisch sind. Und nach mir scannen, ob ich, äh, Freddy Fazbear bin. Oder ob ich, äh, weiß nicht. Letztens war ich Mike Schmidt. Dieses Mal bin ich wahrscheinlich, weiß ich nicht. Purple Guy, weiß ich nicht. Bin ich heute. Morgen bin ich Chica. Übermorgen bin ich, äh, Bonnie. Und danach bin ich eine Frau, weiß nicht. Äh, hi. Hi Chica. Oh nein, der Ballonjunge. Ist wach. Chica wird gleich reinkommen. Habt ihr recht? Nein? Hallo? Irgendeiner kommt's. Irgendeiner, lass in der Mitte vielleicht. Ist es ja Foxy. Oh! Oh! Hey! Hi! 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 Wie geht's? Hi! Bitte jumpscam mich nicht zu Tode. Foxy, hau ab. Du gehst mich diesmal nicht. Heute nicht, Bruder. Meine Flashlight hat nur noch einen Balken. Kann ich euch sagen. Einen Balken. Weil ich mich so viel umgeguckt habe. Das ist meine Strafe dafür. Oh Gott, nein. Ich muss doch hier die Lichter checken. Ich muss doch abchecken, ob alles okay ist. Verdammt, wer ist es? Ah Ballon, Ballonjunge. Hi Ballonboy. Ich hätte meine Maske aufziehen müssen. Verdammt. Sorry. Ich lerne noch. Ich bin noch Anfänger im Spiel. Es ist 4 Uhr morgens schon. Hi Barney. Hab ihn jetzt gesehen? Ich hoffe man hat ihn gesehen. Ich bin noch nicht näher dran. Damit man mein Gesicht spielt. Und später das aufstellen kann. Hi Foxy. Ich weiß nicht wie oft ich ihn anflaschen. Soll ich noch langsam anflaschen? Ich hab keine Ahnung. Für Tipps. Immer gerne in die kommt da rein. Ballonjunge. Hi. Egal. Ich nehm jetzt Ballonboy. Nicht mehr Ballonjunge. Das nervt glaube ich da auch. Andere Leute. Ich will das halt Ballonjunge nennen. Der Ballonjunge. Die dunkle Samus. Der Ballonjunge. Aber dieses eingedeutschte geht da gar nicht. Hi. Hi, hi, hi. Es ist 3 Uhr morgens und es ist schon so schwer wie... Weiß ich nicht was. Ich mein, es ist zwar schwer, aber es heißt nicht, es ist... So schwer ist es sicher nicht mehr drauf klarkommen. Also ich komm noch drauf klar bisher. Aber es heißt auch nur bisher. Hi. Ich muss das so haben. Hi. Bitte hau ab. Bis kein Gesicht. Hol dir ein neues Gesicht und dann können wir weiterreden. Aber ich bin Ball... Ich bin Freddy. Warum denken ihr alle... Was... Die kommt zu mir rüber, ne? Gucken. Ah. Achso. Du bist Freddy. Okay. Bye Freddy. Und bist du Freddy? Weißt du, das war ja kein Sinn. Wollen wir da fahren. Meine Flash hat null Batterien. Hi, Chica. Das ist die neue Chica mit ihren... Uh. Sexy. Mit ihrem neuen Outfit. Let's Party Shit. Ja, let's Party Shit. Oh verdammt. Das wollte ich nicht. Und wir haben es geschafft gleich. Die Nächle gehen so schnell vorbei. Was ich nice finde. Aber ich spiele schneller durch. Hi. Du bist immer noch. Okay. Nicht immer sofort flashen. Weil es gibt Golden Freddy. Goldenberg, wie wir den genannt haben. Ah, nein! Es war zu spät. Meine flashlight ist fast leer. Oh mein Gott. Ich hätte fast einen Herzgefakt bekommen. Ich dachte mir so scheiße. Ich habe zu spät gemacht mit Chica. Weil ich am Ende noch gestorben bin. Okay. Was? Hi. 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 Hi Chica. Hi Goldenberg. Oder bist du Freddy? Sieht so nach beiden aus. Heil Porni. Ohne Augen. Ich habe alle keine Augen. Was ist los? Wo bin ich? Was bin ich hier? Angst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was hier los ist. Ist das Club 1 oder nicht? Aber das ist doch der Vorgänger. Wow. Nein. Hi. Es steht das gleiche. Puh. Nacht 4. Hu. Das Spiel geht so schnell vorbei merke ich gerade. Ich bin jetzt schon Nacht 4. Ich bin noch nicht mal gestorben. Ich bin ein Jump Scare. Hallo. Ich brauche klicks. Ich muss mich irgendwie erschrecken. Die Klicks. Na gut, kriege ich eh nicht auf meinem Kanal. Aber egal. Trotzdem. Okay, gewann. Oh, hallo! Hi! Hey, da. Nice floor. I think you could get the hang of it. Okay, so, just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. I don't know. I want to emphasize, though, that we are just a little cautious. Anybody is a stupid person coming in. I don't know what I'm doing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Just as a side note, try to avoid eye contact with any of the animatronic side if he can. Someone may have tampered with their facial recognition system. We're not sure. Alles klar. The characters have been acting very unusual. Almost aggressive towards the staff. Oh, Mangle. The kids are just fine. But when they encounter them themselves, they just... They look like a mouse. Anyway, hang tight. Do a long pass. Good night. Good night. Yay. Hey. Ich werde nicht mal schlafen. Aber... Äh... Ja. Irgendjemand ist event. Es ist... Mangle. Hab ich auch mal gesehen. Seine Fingernägel neu anglackiert. Oh, yeah. Was gut gemacht, girl. Foxy. Kannst mich nicht erschrecken. Was? Wow. Foxy. Ich muss Foxy ferschen. Hau ab. Okay. Hau ab, Foxy. Warum haupt ihr die ab? Foxy? Aus. Böser Hund. Okay. Gut. Ich weiß nicht. Mir kommt das Spiel schwerer vor. Aber ich bin einfach besser als das Spiel. Weißt du, das ist schwer? Das Spiel kommt immer so was richtig schwerer Aufgaben zu mir. Aber ich bin mir so... Hold my beer. Ich bin viel zu krass für euch, ja? Ich weiß schon wie das Spiel funktioniert. Ich bin froh, dass ich weiß wie das Spiel funktioniert. Sonst wäre ich schon fünfmal gestorben. Ganz ehrlich. Wird aber vielleicht bei Fluffy aber passieren, ne? Na komm. Nein, Foxy. Ich will nämlich alles dieses Jahr auf. 2019. Damit ich dann am Ende des Jahres... Schon nach via zocken kann man euch. Oh Gott, was bist du? Oh, Menge. Okay. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Wer ist es? Niemals. Super. Ich hab mich getrollt. Ey, seid doch so lustig. Nee. Immer da. Ich hab noch zwei Balken. Ich hab vier Balken noch zwei Balken. Das ist immer noch nicht gut. Also eigentlich hat man insgesamt fünf Balken. Weil wenn nach der vierten ist halt noch... Geht halt noch weiter. Oh Gott. Oh, Foxy. Hi. How are you doing, mate? How may I help you? Okay, er ist weg. Niemand da. Diese Nacht ist viel einfacher und schwieriger. Außer das Balloonboy bei mir ist. Und jemand anders? Okay. Okay. Hat sich grad mal nun mal wieder entschieden zurückzulaufen? Lol. Nee. Nee, kommt der jetzt. Da kommt der jetzt. Recht. Am I right or am I left? Ah, hi, Foxy. How are you? Ich hoffe, dir geht's schlecht. Oh nein! Das war zu spät. Das war zu spät. We西sehen 2 War das zu spät? Fuck. Foxy! Mach das weg! Fuck, puppets, puppet, puppet, puppet. Puppet, 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 puppet. Fuck! Okay. Wind, wind, wind up大 Churches. Wind up the fa bizim bunik box. Wind up the music 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 box. Ha, foxy. Das ist der alte Foxy. Der neue Foxy wäre so wie gesehen ein Mangle. Von männlich zu weiblich. Habe ich mich auch gefragt, warum das so ist. Aber ist ein Fakt. Das sah ganz so aus, als hätte er so einen blutenden Arm. Aber nee, das sind nur rote Wires. Nur rote Kabel. Ich habe Angst. Hä? What? Okay. G-freaking-G. Ich wollte nicht runter machen. Hi. Hi, Foxy. Hi. Hi. Foxy. Hi. 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 Wind, 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 wind. Hi, Bonnie. Du machst mir keine Angst mehr. Also doch, du machst mir alle Angst. Ich will nicht gejumpskit werden. Das war der alte Freddy. Habt ihr das gesehen? Das war der alte Freddy. Da. Der alte Freddy. Der neue. Der alte. Der Rewert Freddy. Ah. Gib mir deine Gitarre. Deine Mokrefon. Deine Maske. Okay, er hat mich nicht. Ah. Ich war schnell genug. Scheiße. Mangle, hau ab. Sonst killt sie mich. Ich bin nicht, als Mangle mich killt. Okay. Foxy? Ich muss gucken, ob Foxy ist es. meine batterie ist fast leer meine batteries fast leer ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr hallo und da kommt wieder ok mängel maus ist moses wieder mein gott ich bin so aufgeregt gerade mein herz hilft mir die sequenz es gibt es heute jetzt ignoriert ihr mich wieder das ist die puppe wenn wir aufhören dann kriegen wir dieses puppe zu gesicht die werden bei mir alles war an chance ist auch immer noch sehen wenn noch genug sterben was kann ich sagen späteren folgen viele folgen also 5 8 das bleibt da ich muss mir erst mal beruhigen und dann nehme ich schon die nächste folge auf ich nehme alles durch auf ich zock das jetzt durch bis dann und 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 und